Bildungsressourcen, also Texte, Abbildungen, Videos, Lernobjekte, werden also nur dann zu offenen Bildungsressourcen, wenn sie offen lizenziert wurden. Damit wird ausdrücklich und rechtssicher festgelegt, wie und dass die Materialien für das Lernen und die Lehre verwendbar sind. Also zum Beispiel, dass man die Objekte ausdrucken, verändern, wieder veröffentlichen darf, auch bei kommerziellem Hintergrund. Man stellt es sich also am besten so vor, dass nicht nur die Unterlage ins Internet gestellt wird, sondern man definiert zusätzlich, wie man diese auch dann einsetzen bzw. verwenden darf. Ein kleiner Schritt mit großer Wirkung. Als Lizenz verwendet man derzeit vor allem die offenen Lizenzen von Creative Commons. Im Folgenden wollen wir zeigen, wie diese Lizenzen funktionieren. Ausgangspunkt ist das im jeweiligen Land geltende Urheberrecht, welches Ihnen, wenn Sie ein Werk erstellen, automatisch zusteht und regelt, welche Rechte Sie an Ihrem geistigen Eigentum haben und wie es andere nutzen dürfen. Dies hat zur Konsequenz, dass alle, die Ihr Werk nutzen wollen, Sie um Erlaubnis fragen müssen. Das ist ein mühseliger Prozess. Da wäre es doch viel einfacher, wenn von Beginn an klar geregelt wäre, was man mit Ihren Werken machen darf und was eben auch ganz bewusst nicht. Und das Beste ist, Sie selbst definieren, was mit Ihren Materialien geschehen darf. Dazu braucht es jedoch Verträge. Und genau das sind die Lizenzen von Creative Commons. Die CC-Lizenzen sorgen für klare, eindeutige und vor allem auch rechtlich saubere Regelungen, wie mit den erstellten Lehr- und Lernmaterialien einer Person umgegangen werden kann, in dem jede CC-Lizenz in drei Weisen zur Verfügung gestellt wird. Zunächst ist die Lizenz ein juristischer Text, der von Fachleuten geschrieben ist und unterschiedliche landesspezifische Regelungen berücksichtigt. Dann gibt es kurze verständliche Erklärungen für Laien, also für Sie oder mich, was genau zu tun ist. Und es gibt dann noch einen maschinenlesbaren Code, damit zum Beispiel Suchmaschinen offene Bildungsressourcen im Internet auch entdecken können. Oft wird eine Lizenz nur verlinkt oder das Icon einer Lizenz verwendet. Es gibt also nicht nur eine, sondern mehrere Creative Commons Lizenzen. Alle setzen sich aus unterschiedlichen Aspekten zusammen. B-Y-S-A-N-C-N-D. Allerdings werden nicht alle CC-Lizenzen zu den offenen Lizenzen gezählt. Ich möchte es an einem Beispiel erklären. Nehmen wir an, dass die Lehrende namens Isabelle eine technische Skizze angefertigt hat. Isabelle möchte die Nachnutzung durch andere erlauben und nutzt dafür eine Creative Commons Lizenz. CC steht zunächst für Creative Commons und ist eine Abwandlung des bekannten Copyright-Zeichens. Isabelle wählt die Lizenz CC-BY. Das B-Y bedeutet, dass Isabelle genannt werden will, wenn die Skizze von anderen genutzt wird. Übernehmen Sie also die Skizze in Ihr Lernmaterial, müssen Sie Isabelle nennen. Sie dürfen das aber jederzeit machen, auch kostenfrei. Auch Veränderungen sind erlaubt und kommerzielle Nutzung ebenso. Isabelle findet die Idee des freien Zugangs und das Teilen so großartig, dass sie findet, dass zukünftige Lehrmaterialien ebenso frei zugänglich sein sollten. Sie nutzt also die Lizenz CC-BY-SA. Das SA ist dabei die Abkürzung für die englische Bezeichnung, dass etwas auf gleiche Weise geteilt werden soll. Wenn wir Isabelles Skizze verwenden, müssen wir auch unser Gesamtwerk unter dieser Lizenz veröffentlichen, also unter der Lizenz CC-BY-SA. Isabelle könnte aber auch entscheiden, dass es ihr gar nicht wichtig ist, dass ihr Name im Zusammenhang mit der Skizze genannt wird. Sie möchte aber, dass sie unkompliziert genutzt werden kann. Isabelle entscheidet daher, die Skizze unter der Lizenz CC-0 zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet, die Skizze ist faktisch wie ein gemeinfreies Werk zu betrachten. Diese Lizenz ist vor allem für Länder entwickelt worden, wo es nicht möglich ist, Werke in die Gemeinfreiheit zu entlassen. Etwas Public Domain zu stellen ist zum Beispiel im US-amerikanischen Urheberrecht möglich. In Europa gibt es diese Option nicht, daher verwenden wir die Lizenz CC-0. Creative Commons selbst kennt noch weitere Optionen für Lizenzen, zum Beispiel das NC für nicht kommerziell. Damit wird die kommerzielle Nutzung ausgeschlossen. Eine Nutzung ist dann also auch ausgeschlossen, wenn Honorare fließen, wie in der Weiterbildung, bei Studiengebühren oder bei der Nachhilfe. Die Skizze dürfte zum Beispiel auch nicht auf einer Webseite angezeigt werden, die mit Werbung kleine Einnahmen erzielt. Lizenzen mit NC-Option zählen daher nicht zu offenen Lizenzen. Auch Lizenzen mit dem Attribut ND zählen nicht zu den offenen Lizenzen, da bei dieser Option keine Änderungen erlaubt sind. Also CC-Lizenzen mit den Optionen NC und ND zählen nicht zu den offenen Lizenzen. Materialien, die damit lizenziert wurden, werden daher im engeren Sinn auch nicht als offene Bildungsressourcen bezeichnet. Zusammengefasst, die Lizenzen CC-0, CC-BY und CC-BY-SA sind offene Lizenzen im Sinne der Definition von offenen Bildungsressourcen durch die UNESCO. Es gibt sie in unterschiedlichen Versionen, die aktuelle trägt die Versionsnummer 4.0. Am besten, Sie schauen sich nun die Lizenzen selbst einmal genauer an.